Um mit dem Scharfschützen von Level 17 auf Level 18 zu kommen, müssen wir hier in der Region Smaklercoves in weniger als 40 Sekunden 10 Gegner töten. Zweimal zwei Gegner mit zwei verschiedenen Schusswaffen aus mehr als 150 Metern Entfernung innerhalb von 10 Sekunden. Und einmal schnell hintereinander einen Gegner im Nahkampf, einen mit Scharfschützengewehr und einen mit Präzisionsschützengewehr. Ja, ziemlich doof diese Aufgaben, vor allem die letzten beiden. Und dafür musste ich mir jetzt extra hier in den Einstellungen den zweiten Primärwaffenslot aktivieren. Mag ich gar nicht, aber naja, es ist nun mal wie es ist und wir sind anpassungsfähig, also schauen wir mal. So, wir brauchen auf jeden Fall für die erste Aufgabe einen Ort, wo es mindestens 10 Gegner gibt. Wäre vielleicht hier, hier, der Hafen auch, da müssten wir allerdings runter. Ich vermute mal einfach, dass da auch hier, dort, also Außenposten, Festung, Gedöns gibt es hier genug. Hier gibt es nix wahrscheinlich. Wir schauen uns erstmal hier den Frachthafen an und rüsten... Ah, die Simultanschussdrohnen haben wir schon ausgerüstet. Denn mit ein bisschen Glück müssten wir das auch mit Simultanschussdrohnen und Simultanschüssen unserer Kameraden hinbekommen. Entweder klappt es oder es klappt nicht. Sehen wir dann. 40 Sekunden ist ja eine relativ lange Zeit. Wenn die Gegner nicht in Deckung sind und nicht zurückschießen... ...müsste das ein Kinderspiel sein. Wir haben hier auf jeden Fall einen. Den nehme ich mal hier mit ihm. Dann ist weiter hinten wahrscheinlich noch einer da. Irgendwo da ist da bestimmt noch einer. Huch. Wollte noch gar nicht drücken. Tarnung haben wir ja auch noch. Ist da kein Scharfschutz mehr? Doch, da ist er doch. Aktiviere ich mal die Tarnung. Dann gehen wir mal mit der Drohne hoch. Da laufen zwei. In die Walachai. Okay, okay. Noch so einen. Auf jeden Fall schon mal drei. Schauen wir mal. Ach, nö. Digga. Kampfdrohne in der Luft. Die Drohne macht vielleicht den Unterschied. Na toll, jetzt bin ich auch noch. Na toll. Ja, das ist toll. Das war echt ganz, 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 ganz doof gelaufen. Ich hätte die Tarnung aktiviert lassen sollen. Ich habe den aber auch einfach nicht gesehen. Ich habe ihn gesehen, aber habe nicht gedacht, dass er mich entdeckt. Alles klar. Alles klar. Was haben wir denn hier? Okay. So wie es aussieht. Zählt. Zählt's nicht, wenn die Kameraden jemanden töten. Gut, sind jetzt auch auf jeden Fall schon über 40 Sekunden. Na ja. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Ja, komm, dann verlass mal los. So, dann würde ich sagen, fahren wir mal weiter zum Hafen von Maunganui. Ist ja kein Auto, doch da. Alle Mann und Frau einsteigen. Ach, die haben sich schon hingebeamt, okay. Fahren wir eben zum Hafen, vielleicht haben wir da mehr Glück. Das wäre ohne Witz so viel einfacher, wenn wir Markierungen an hätten. Mit Hardware wäre alles einfacher. Okay, hier haben wir auf jeden Fall viele Gegner. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Wo ist der zehnte? Wir haben keinen zehnten. Egal. Da läuft einer. Einen noch. Es waren auf jeden Fall zehn, aber die haben nicht gezählt. Oh, shit. Oh, gut. Da haben wir es so geschafft. Also zählen die Simultanschussdrohnen, aber die Kameraden zählen nicht. Gut zu wissen. Haben wir auf jeden Fall das Erste. Noch einer. Noch einer. Nicht schlecht. Alter. Mehr Feuerkraft ist immer gut. Ich helfe dir. So, okay. Die erste Aufgabe haben wir auf jeden Fall. Ich kann nicht mehr reden. Die erste Aufgabe haben wir auf jeden Fall. Und jetzt die letzten beiden dummen Aufgaben. Warum habe ich keine Bandagen mehr? Warum habe ich keine Bandagen mehr? Wo gibt es denn sowas? Schnappen wir uns einfach mal den Heli, fliegen hoch zum Biwak und dann schauen wir nochmal, wie wir weiter vorgehen. Autsch. Die Drohne hat keinen Saft mehr. Geh es hin. Cool. Gut, dann beenden wir das Ganze hier. Einfach aus dem Heli gesnipet. So, wie gesagt, für diese letzte Aufgabe wäre auf jeden Fall praktisch so eine Dreierpatrouille. Das käme ich vielleicht auch hier hin. Wenn ich da irgendwo noch einen einzeln stehenden Gegner hätte. Das würde gehen, bestimmt. Muss halt nur treffen dann auch, ne? Erstmal wieder da hinkommen. Wollte ich noch gar nicht. Was geht denn ab? Der zielt nicht mehr. Nomad hat keine Lust mehr zu zielen. Was geht? Was denn los? Das geht nicht. Andere Waffen? Nomad hat keine Lust mehr zu zielen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ähm. Das ist schlecht. Wie soll ich denn so spielen? Hallo? Spiel? Geht's noch? Ich kann... Ich kann nicht mehr zielen. Rechte Maustaste hier. Ähm. Was soll das? Wie soll ich denn das so hinkriegen? Was soll das Spiel? Tja, ähm. Kannst trotzdem versuchen, aber... Okay, gut. Hat ja noch ganz gut geklappt. Und weg. Hat ja... Oh, toll. Und in den Rücken geschossen. Hat ja doch noch ganz gut geklappt dann. Und der Bug hat sich selbst gefixt. Vielleicht bin ich tot. Ist aber gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlimm. Los, tötet mich. Tötet mich. Gnadenschuss, bitte. Geht doch. Und jetzt kann ich... Jetzt kann ich nicht aufgeben, na toll. Ja, so ein echter Ghost. Gibt halt nicht auf, ne? So. Jetzt noch... Die letzte dumme Aufgabe im Bunde. Die haben wir auch noch zweimal machen müssen. Die kriegen wir bestimmt aber auch hier an dem Hafen hin. Der Hafen ist generell ganz gut für die Aufgaben, habe ich das Gefühl. Also... Werde ich jetzt mal wiederbelebt oder... Hallo, Spiel. Ich glaube, das Spiel hat nicht realisiert, dass ich tot bin. Kann ich schnell reisen? Und wir warten immer noch darauf, dass wir wiederbelebt werden. Ich kann auch nicht aufgeben, das geht nicht. Ich weiß, was ich machen kann. Und das mache ich jetzt auch. Ich habe nämlich keine Lust hier fünf Stunden lang zu warten. Einfach die KI-Kameraden deaktivieren kurz. Denn da ist keiner mehr da, der mich wiederbeleben kann. Nur nicht vergessen sie wieder zu aktivieren. Ich kann ja auch die hier aktivieren. Die Rainbow Six Kameraden. Ne. So. Hier müssen zwei Gegner mit zwei verschiedenen Schusswaffen aus einer Entfernung, die hoch genug ist. Wir haben hier einen und wir haben hier einen. Das ist bestimmt weit genug, oder? Ja. Ja. So. Das war das Erste. Ich wollte ihn hier eigentlich auf Einzelfeuer umstellen. So, wo haben wir hier noch einen zweiten? Ist der weit genug? Nein. Der ist wohl hier. Ja. 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 Ja so machen. Gut, damit haben wir es. Damit sind wir auf Rang 18. Nice. Dumme Aufgaben, aber wir haben es geschafft.